In den heutigen Joker News, Apple haut jede Menge Updates raus, sowohl im Beta-Bereich als auch bei iOS 16. Und auch die Beta vom Apple Vision Pro Headset geht an den Start und gibt viele spannende Hinweise. Und auch zum iPhone 15 Pro Lineup gibt es Neuigkeiten, denn das iPhone 15 Pro soll einen neuen Chip bekommen. Das und ein bisschen mehr heute in den Joker News. Viel Spaß! Was geht ab? Hier ist dein Joker rund um Apple mit den Joker News. I'm loving it! Endlich sind wir wieder da, der Umzug ist vollzogen. Vielen, vielen Dank für das liebe Feedback auf die Roomtour auf unserem zweiten Kanal. Jetzt sind wir hier im neuen YouTube-Studio. Ich hoffe, Bild, Ton und Licht ist in Ordnung. Wenn ihr Ideen für das Setup habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Das Wichtigste vorneweg, Apple hat drei Sicherheitsupdates rausgehauen. Einmal iOS 16.5.1, macOS 13.4.1 und watchOS 9.5.2. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Da sind jetzt nicht wahnsinnig neue Funktionen und Features drin, sondern es sind wirklich Sicherheitsupdates, die ich euch nur ans Herz legen kann, weil es wurden wirklich krasse Sicherheitslücken damit geschlossen. Im Übrigen haut Apple diese Sicherheitsupdates sogar für das iPhone 6s und höher raus. Auch einige modernere Macs sind am Start und Apple Watches. Deswegen aktualisiert mal in der Familie komplett durch, dass ihr da auf dem neuesten Stand seid. Die EU hatte es in ein Gesetz gegossen und Apple musste folgen. Die Rede ist vom Sideloading. Die Möglichkeit, dass man auf seinem iPhone Apps installiert, die nicht aus Apples eigenem App Store kommt. Das war von der EU verabschiedet worden und Apple musste reagieren. Vor der WWDC war ein bisschen die Frage nicht, ob es kommt, sondern vor allen Dingen, wie es kommt. Gibt es einfach eine alternative App oder muss man in die Einstellungen gehen, das irgendwo freischalten? Doch dann kam die iOS 17 Beta und was konnte man da sehen? Eigentlich nichts. Nirgendwo war ein kleiner Hinweis zu finden, dass hier vielleicht eventuell Sideloading kommen wird. Und man war sich nicht sicher, ignoriert Apple das einfach oder was passiert dann mit der EU? Dann hat sich aber tatsächlich im Podcast bei John Gruber Craig Federici dazu geäußert und gesagt, Apple arbeitet mit der EU zusammen, um hier eine Lösung zu finden. Aber er äußerte sich auch nicht nach dem Motto, ja, Sideloading wird in iOS 17 kommen, sondern er sagte sowas wie, wir wollen sicherstellen, dass alles, was wir tun, das Richtige für unsere Kunden ist. Und dass Apple mit der EU zusammenarbeitet, um diese Einhaltung zu diskutieren. Oh, speaking of iOS 17, die Beta 2 wurde gerade veröffentlicht, neben macOS 14 mit der Beta 2, watchOS 10, Beta 2, iPadOS 17, Beta 2, also der komplette Beta-Train rollt und bringt neue Funktionen. Wir bringen hier auf dem Kanal nochmal ein zusammenfassendes Video, wo wir euch die wichtigsten Neuerungen in der Beta-Software immer wieder vorstellen, hier auf dem Kanal im Joker-Plus-Format. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Spannend in diesem Bereich ist das neue Betriebssystem, was das erste Mal an den Start geht, XROS, äh, VisionOS. Denn das kann jetzt getestet werden, ganz ohne Brille. Nun ja, es kann im Simulator getestet werden und Apple baut sogenannte Labs auf. Diese Entwicklerlabors sollen in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio eröffnet werden, um den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre App in der Brille zu testen. Durch diese erste Beta von Vision Pro bekommt man auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck, was mit dem neuen Betriebssystem alles möglich werden wird. Im Fitnessbereich, im Arbeitsbereich, aber auch im Entertainment-Bereich scheint da extrem viel möglich zu sein. Und bevor es dann im September soweit ist und wir jede Menge neue Software sehen werden, in der offiziellen Version gibt es natürlich auch noch Hardware. Wir sprechen hier natürlich vom iPhone 15 Pro bzw. iPhone 15 Pro Max und dem kompletten iPhone-Lineup, was im September dann an den Start geht, denn hier gibt es auch Neuigkeiten, die ich auf jeden Fall mit euch besprechen möchte. Denn unser Freund Ming-Chi Kuh hat sich dazu geäußert und hat gesagt, Apple wird hardware-technisch bei den iPhone 15 Pro Modellen extrem aufrüsten. Und zwar was den UWB-Chip angeht, das Ultra Wideband. Für alle, die damit nichts anfangen können, der UWB-Chip ist im Prinzip dafür zuständig, klarere Standortangaben machen zu können, zum Beispiel auch bei AirDrop, wenn Daten übertragen werden. Der HomePod hat es verbaut, bei den AirPods ist es verbaut. Genauer gesagt, bei der zweiten Generation der AirPods Pro. Und dieser Chip soll im iPhone 15 Pro bzw. Pro Max aktualisiert werden auf die zweite Generation. Dieser soll im 7-Nanometer-Herstellungsprozess produziert werden. Im Vergleich, der vorherige U1-Chip wurde mit dem 16-Nanometer-Verfahren hergestellt. Das heißt, wir werden hier mit dem 7-Nanometer-Verfahren eine deutliche Verbesserung der Leistung und reduzierteren Stromverbrauch sehen. Er geht es weiterhin davon aus, dass die iPhones hardware-technisch auf jeden Fall viele Upgrades bekommen, auch im Wi-Fi-Bereich. Das übernächste iPhone soll dann sogar schon Wi-Fi 7 bekommen, was die Möglichkeit bietet, im lokalen Netzwerk Daten bis zu 40 GB die Sekunde zu übertragen. Das aktuelle iPhone ist hier noch auf Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir durch die kommenden Wochen und Monate mit der iOS 17 Beta noch viele neue Funktionen entdecken werden, die dann zusammen mit dem iPhone 15 Lineup an den Start gehen werden, auch mit den Gerüchten und hoffentlich vielleicht auch ein paar Leaks zu den neuen iPhones. Ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn es da etwas Neues gibt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, denn dann werdet ihr immer informiert. Und wenn es etwas Neues rund um eure Apple-Produkte gibt, ich werde mich jetzt hier mal einleben, werde neue Videos rausschallern, denn Glasfaser sollte in ein paar Tagen hier auch an dem Start sein. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende und bis ganz bald hier auf dem Kanal. Sobald es etwas Neues gibt, haue ich es raus. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Bis zum nächsten Mal.